Hallo und herzlich willkommen bei Rabona, mein Name ist Marc und wie immer habe ich mit mir natürlich einen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Bei mir ist Jens Hertel. Hallo Jens. Oh, man hört dich nicht. So, jetzt hört man dich. Hallo. Jens, zuallererst natürlich, wie geht es dir? Alles gut? Ja, mir geht es gut. Also die Zeit, die nutze ich schon. Im Moment gucke ich schon noch wieder viel mehr Fußball als noch vielleicht im November. Aber ja, das ist so eine Phase gibt es halt mal als Trainer. Und die muss man dann halt auch nutzen, um ein paar Sachen zu machen, die man sonst eben auch liegen lässt und auch gar nicht absolvieren kann. Deswegen, mir geht es gut. Das freut mich. Soll ich neugierig fragen, was sind das für Sachen? Oder ist das eher so Familie und Privat? Ja, das ist beides eigentlich. Also so ein paar private Sachen, die mal so abgearbeitet werden müssen. So ein paar Sachen gibt es auch immer im Haus zu tun. Und dann gibt es halt ein paar Sachen, die man dann auch mal so vor sich noch mal so Revue passieren lässt, die so den Job betreffen. Und da so ein paar Sachen zu sortieren, mal seine ganzen Trainingseinheiten noch mal so ein bisschen durchzugucken oder auch ein paar ältere Spiele und dann auch noch mal zu schauen, was haben wir alles so vorgegeben? Was kann man da vielleicht ändern und was soll man behalten? Das klingt spannend. Also erstmal natürlich eher so Aha. Aber wenn man sich vielleicht so hier und da ein bisschen länger Gedanken drüber macht, ist das durchaus interessant. Bevor wir aber dazu kommen, was aktuell denn so bei dir anliegt, würde ich sagen, wir starten mal gleich rein. Du bist gestartet als Fußballspieler tatsächlich. Du warst Abwehrspieler. Ja, also ich bin ja im Ostteil Deutschlands aufgewachsen. Ich bin durch dieses ganze DDR-System durchmarschiert mit Kinder- und Jugendsportschule und dann ja auch sportspezifischer Berufsausbildung, wo man dann halt deutlich länger gelernt hat. Und dann war ich ja im Nachwuchs dann am Ende lange beim 1. FC Lok Leipzig und bin dann, wo die zweiten Mannschaften abgeschafft wurden, dann nach Bölen gegangen, in die zweite Liga. Wir sind dort aufgestiegen. Dann kam die Vereinigung und dann hat man dieses letzte DDR-Oberliga-Jahr gespielt, wo es dann nicht gereicht hat. Da gab es also zwischendurch noch eine Fusion zwischen Chemie Bölen und Chemie Leipzig. Und dann haben wir als FC Sachsen dieses Qualifikationsjahr bestritten. Das hat dann nicht gereicht. Dann waren zwei Jahre Oberliga-Südner. Dann ging es von da nach Berlin. Eigentlich dachte ich dann schon in bezahlten Fußball in die zweite Liga. Aber dann stand da halt eine Bankwirtschaft, die da nicht ganz korrekt war im Weg. Und es ging dann noch mal drei Jahre oder ein Jahr Oberliga-Mitte. Dann gab es diese eingleisige Regionalliga Nordost und da noch zwei Jahre. Und dann ging es nach Zwickau, 96, zweite Liga bis 98. Dann noch mal zurück nach Berlin, zur Union. Und von dort wieder zurück nach Leipzig, dann nach Babelsberg. Und dann habe ich ausklingen lassen in Schöneiche. Ja, es war schon eine interessante Laufbahn. Klingt nach einer wilden Fahrt. Erinnerst du dich noch, wie du generell zum Fußball gekommen bist? Also war das irgendwie so als Kind schon so dein Sport? Ja, mein Vater hat Fußball gespielt, aber das war von Anfang an mein Sport. Also das heißt, nach der Schule, die war ja bei uns meistens so gegen Viertel zwei zu Ende. Dann hat man den Ranzen nach Hause gebracht und die anderen Klamotten angezogen und hat sich halt auf dem Fußballplatz getroffen und hat halt Fußball gespielt. So oft und so lange, wie das ging. Und es ist dunkel geworden und dann ist man nach Hause. Und dann hat mein Vater dann angefangen, das ein bisschen zu koordinieren und da bei uns im Dorf dann halt eine Kindermannschaft aufzumachen. Und da haben dann halt meine Kumpels und ich dann gespielt. Und dann ging es dann halt weiter, dass man dann halt mit einmal Training, das hätte dann nicht gereicht, dann ging es halt zum Trainingszentrum nach Grimma und von dann an halt nach Leipzig. Aber Fußball war schon immer meine Leidenschaft, das habe ich gemocht. Und auch als Kind unendlich lange gespielt. Unendlich lange gespielt. Deine erste Station war dann Chemie Großboten? Ja, genau. Das war der Ort, wo ich aufgewachsen bin und wo mein Vater dann halt diese Mannschaft gegründet hat, weil mein Bruder hat auch gespielt und die Jungs, die bei uns auch, die mit mir in der Klasse waren, da gab es schon ein paar Talentierte, die eben auch alle so verrückt waren und Tag für Tag auf dem Fußballplatz waren. Und deswegen hat er dann gesagt, okay, er will das ein bisschen koordinieren und hat das dann gemacht, so lange, bis er dann angefangen hat, unser Haus zu bauen. Dann war das halt nicht mehr möglich, weil das war halt zu DDR-Zeiten nicht so, dass das irgendwie eine Firma gemacht hat, sondern es musste es dann selber machen. Und da fiel dann die Zeit weg. Und dann bin ich auch nach Grimma gegangen ins Trainingszentrum. Wie war es denn so zu DDR-Zeiten noch, wie war der Fußball in der DDR? War der viel anders als jetzt im Westen? Weißt du das? Nee, also ich denke, das war damals vieles parallel. Also wir haben ja uns ja ein Stück weit eben doch selber trainiert auf dem Bolzplatz. Dann hast du ja tausende verschiedene Spiele gemacht mit Torschüssen, mit Kopfbällen. Ja, also und dann halt Jung gegen Alt und Überzahl-Unterzahl. Und ja, physisch überlegen gegen Unterlegen, also groß gegen klein. Also du hast alles irgendwo gehabt, was, ja, wo man dann halt sich eigentlich mehr oder weniger nebenbei irgendwo trainiert hat in diesen ganzen Skills. Man hat sich ja dann auch, man hat dann Fußball geschaut auf am Wochenende, ab jetzt nur DDR-Oberliga oder Bundesliga. Und dann versucht man sich dann natürlich auch was abzuschauen. Also ich denke nicht, dass der Fußball da groß anders war. Was anders war, ist dann schon diese, ja, diese relativ strikte Auswahl oder Suche nach Talenten. Also da ist im DDR-Sport, wo sich ja dieses Land auch definiert hat über Spitzensport und über internationale Anerkennung. Das war ja, wir waren ja nicht so ein großes Land. 17, 18 Millionen Einwohner und da durfte die Erkenntalente durch die Lappen gehen. Und das haben sie dann natürlich sehr systematisch dann durchkennend. Und jeder, der da irgendwo im Sportunterricht ein bisschen auffällig war, weil er halt irgendwas konnte, ab jetzt so gut im Kugelstoßen oder Schlagballweitwurf oder im Sprint, dann wurden die Kinder dann halt eingeladen zur Sichtung. Und so war es dann halt auch im Fußball. Und deswegen war das dann schon auch sehr systematisch. Und wenn man dann halt ins Trainingzentrum kam oder dann später nochmal auf der KITS, da wurde natürlich sehr viel Wert auf diese ganzen Dinge gelegt. Weitfüßigkeit, alle technischen Sachen, Kopfballspiel. Man hat sehr, sehr viel trainiert, viel mehr vom Umfängen als heute. Und dann sind halt relativ viele Jungs rausgekommen, die dann halt auch gut Fußball spielen konnten. Junge Talente immer sofort verhaften, hat mir mal jemand gesagt. Die musst du immer gleich schnappen. Ja, es war ja damals auch regional. Also jeder Fußballklub hatte ja nur ein bestimmtes Einzugsgebiet. Das heißt, du musstest dich schon darum kümmern, wenn du kurz oder lang auch gute junge Spieler, die du ja dann brauchtest in deiner Mannschaft, dann musstest du dich auch darum kümmern, dass eine gute Arbeit in deinem Umfeld gemacht wird, wo du eben sichten konntest. Und ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Impuls für den heutigen Fußball, das ein Stück weit regionaler zu sehen. Und schon auch ein Stück weit, gerade in den Flächenländern, muss man dann halt rausfahren und dann vielleicht auch bestimmte Sachen dann übernehmen. Weil heute hat sich ja alles irgendwie gewandelt. Es geht ja niemand mehr auf den Bolzplatz. Die Ablenkungen ringsherum übers Handy, übers Internet sind so viel größer, als es damals der Fall war. Und deswegen spielt dann niemand mehr. Aber um irgendwas richtig gut zu können, brauchst du halt deine 10.000 Stunden, ob das ein Musikinstrument ist oder eben deine Sportart. Und das kannst du dann halt im Moment nur mit regulären Sachen. Aber ja, ich denke, das wird insgesamt für den deutschen Fußball in den kommenden Jahren nicht ganz so einfach. Guckst du dir eigentlich selbst Regionalfußball an, so bei dir in der Umgebung? Ja, im Moment nicht. Ich hatte mir das eigentlich so vorgenommen, aber dann sitzt du dann doch irgendwie da und dann fängt, was weiß ich, 13 Uhr am Sonnabend die 2. Liga an. Dann guckst du dann noch ein Stück weit 3. Liga dazwischen. Dann geht die Bundesliga los. Also im Moment habe ich das jetzt noch nicht geschafft. Ich habe es aber auf dem Schirm gehabt. Dann wollte ich schon auch nochmal mit dem Freund dann so ein bisschen mal um die Ecke schauen. Aber jetzt so noch sehr kalt ist vielleicht besser. Man schiebt das noch ein Stück. Genau. Wenn es wärmer ist, aber heute Frühling naht. Also von daher kommt die schöne, gute Zeit des regionalen Fußballs auch wieder. Du hast ja eben schon deine Station so aufgezählt als Abwehrspieler. Bölen, Leipzig, Berlin, Zwickau. Dann nochmal Berlin, Leipzig, Babelsberg. Und dann, was war das? Schön Eiche. Schön Eiche. Ja. Also, wie soll ich denn sagen? Also ein guter Koch muss ja auch immer durch viele Küchen durch. Hat mir mal jemand gesagt. Und ist es bei Fußballspielern ähnlich? Ging es dir ähnlich? Hast du bei den verschiedenen Stationen was mitnehmen können? Ja, schon immer. Aber bei mir war es ja auch nicht immer ganz, ganz freiwillig, dass ich halt gegangen bin. Oft ist es ja so an finanziellen Sachen. Sie haben mal gescheitert, wo der Verein, also Sachsen-Leipzig, wir sind damals Meister geworden in der Oberliga Süd und haben aber keine Lizenz für die zweite Bundesliga bekommen. Und Union hatte sie bekommen, dann wurde sie wieder weggenommen. Dann war auch in all den Jahren, in den ersten drei Jahren, wo ich dort war, gab es auch immer wieder finanzielle Probleme. Und da hattest du eigentlich in dem Moment keine Chance, in die zweite Liga zu gehen. Und das wollte man unbedingt. Und deswegen muss man dann halt manchmal so ein paar Schritte machen. Also es war jetzt nicht immer gewollt. Aber wenn du dann das Gefühl hast, der Verein schafft das in dem Moment nicht, dann musst du vielleicht als Spieler auch mal weiterziehen. Und so haben wir gerade auch der erste Wechsel aus Leipzig dann nach Berlin, der war für mich auch schon mal wichtig. Weil das erste Mal weg, so richtig weg von zu Hause, ich meine, ich habe zwar in Leipzig dann gewohnt und nicht mehr in Großboten, aber das war dann schon noch mal was anderes, in diese große Stadt Berlin zu kommen. Und das war dann auch noch mal ein Stück weit was ganz anderes als in Leipzig oder in Sachsen. Und deswegen war das schon auch noch mal ein wichtiger Schritt. Aber klar, dann musste man doch wieder zurück nach Sachsen, um die zweite Liga zu spielen in Zwickau. Also das ist, ja, also ab und zu tut ein Wechsel gut, weil man dann natürlich auch mit neuen Sachen konfrontiert wird, die man dann auch im Leben irgendwie meistern muss. Aber zwingend notwendig ist es nicht. Erinnerst du dich so an einen Coach, der dir vielleicht imponiert hat? Ja, da kann ich jetzt nicht bloß einen nennen. Dann hau raus! Also ich habe, wenn man jetzt so mal so die Vita liest, dann denkt man, ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt der ganz große Fußball. Also Union jetzt im Moment schon, Sachsen-Leipzig oder Chemie jetzt auch wieder Regionalliga oder Lockend, auch bloß Regionalliga ist nur vierte Liga. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, auch aufgrund, dass die Osttrainer das damals auch nicht so einfach hatten. Ich hatte in Leipzig, ich hatte Frank Enge als Trainer, ich hatte Eduard Geier, dann Frank Parwitzdorf, Hans Mayer. Also das sind ja auch Gerd Schäblich dann in Zwickau, also das sind ja alles auch Trainer, die dann früher oder später dann halt auch in der Bundesliga oder in der zweiten Liga dann stabil trainiert haben und schon auch Spuren hinterlassen haben. Und da kann ich jetzt gar nicht sagen, von dem habe ich jetzt was mitgenommen. Ich habe von jedem was mitgenommen und dann vergleicht man natürlich auch, was macht der, was macht der und da kannte einer das besser als das andere, aber jeder hatte natürlich dann irgendwo seine Stärken und am Ende, was das Wichtigste war, sie waren erfolgreich mit den Mannschaften, die sie trainiert haben und mit ihren Stärken, die sie dann halt jeweils dann eben doch eingebracht haben und da kann man auf jeden Fall was mitnehmen. Oder habe ich auch was mitgenommen. Ja, das ist doch gut. Und erinnerst du dich noch als Spieler an irgendein ganz besonderes Spiel, was dich, waren bestimmt auch sicherlich viele interessante Spiele dabei, aber gibt es so ein Spiel, wo du sagst, das war damals so ein richtiges Erlebnis? Ja, also da fällt mir komischerweise natürlich erst mal so ein Negativerlebnis ein und das ist halt so diese verpasste Relegation mit Union. Georgi Basilev habe ich noch vergessen, jetzt aufzuzählen bei den Trainerern. Dass wir halt dort, nachdem wir halt 17 Punkte Vorsprung hatten in der Meisterschaft und dann halt im Elfmeterschießen an Osnabrück gescheitert sind, das war eine extrem bittere Erfahrung, weil wir dann wirklich so viel investiert hatten und das war mein letztes Spiel für Union. Danach bin ich ja zurück nach Leipzig und das hat wehgetan. Da hätte ich mich gern mit dem Aufstieg damals in die 2. Liga verabschiedet und dann hat man natürlich trotzdem als Spieler noch Spiele in Erinnerung, wo man dann eben doch gewonnen hat. Das ist ganz klar, aber jetzt so spontan, dass ein Spiel oder so, da fällt mir eben immer noch dieses Osnabrück-Spiel ein. Ja, das bleibt dann schon hängen, oder? Also das kriegt man nicht los. weil da ging es um so viel und das war eben ein Stück weit ärgerlich, dass wir uns da für diese Saison nicht belohnt haben, wo Osnabrück auch eine gute Saison damals gespielt hat und da jetzt auch nicht ganz unverdient aufgestiegen ist. Ja, natürlich. Aber ich glaube, wenn du mit viel Ehrgeiz, mit Leidenschaft deinem Beruf nachgehst als Fußballer, dann willst du ja auch was. Du hast ja so einen eigenen Anspruch an dich selbst. Und wenn du dann die Chance hast und die kann man leider nicht nutzen, weil an dem Tag der Gegner im Prinzip vielleicht nicht zwingend besser war, aber eben das Tor vielleicht gemacht hat, das wäre ja fatal, wenn das nicht in Erinnerung bliebe, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ja, weil immer wenn es dann natürlich die großen Spiele, die bleiben dann immer in Erinnerung, wenn man irgendwo was geschafft hat. Aber, sag ich mal so, diese Meisterschaften, die ich am Ende auch mit Sachsen-Leipzig oder mit Union geholt habe, wo dann halt aber klar war, dass es halt wahrscheinlich nicht weitergeht und du die Relegation nicht spielen kannst, dann verblasst das dann schon irgendwie auch wieder. Ob wenn das eigentlich gute Jahre waren oder gute Saisons waren, die man dann gespielt hat. Du bist ja seit 89 dann Profi gewesen, ne? Naja, du warst zu viel der Zeit eigentlich auch schon Profi. Da war man Amateur, aber das muss man ja sagen, also bei Locken musste ich dann noch halt einen Tag arbeiten gehen, wo ich in der zweiten Mannschaft gespielt habe, einen Vormittag in der Woche, das war der Unterschied zu den Oberligaspielern. Und ansonsten hat man halt trainiert. Und in Böen waren wir, ja, wir waren auf dem Papier, waren wir angestellt, aber de facto haben wir nur, haben wir wie Vollprofis trainiert. Oder noch mehr. Also wir hatten die sieben Tage Woche, erinnere ich mich dann immer. Jetzt manchmal, wenn ich mich mit alten Kollegen treffe, ganz erst, das würde ja heute gar nicht mehr gehen. Wir haben Sonntag gespielt, dann war Montag Regenerationstraining, Dienstag haben wir dreimal trainiert. Also die Jugendspieler, ging es früh um acht los, dann nochmal um zehn und dann nochmal 14 Uhr und dann am Mittwoch 10 Uhr, 14 Uhr, Donnerstag 10 Uhr, 14 Uhr, Freitag 14 Uhr, Sonntag 14 Uhr und Sonntag gespielt. Und das ging auch. Ja, also das können wir heute glaube ich nicht mehr machen, aber damals war das halt so. Und deswegen war da nicht viel Zeit noch irgendwie auf Arbeit zu gehen. Wie hast du eigentlich die Wende dann miterlebt? Naja, das war, ja, also wir haben noch gespielt und es ging für uns auch um viel mit Böen. Wir wollten halt unbedingt aufsteigen. Es war dann halt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jimmy Leipzig damals in der Oberliga Süd, aber wir sind dann am Ende souverän durchgegangen und da hat man, ja, hat das natürlich schon alles mitgekriegt, weil Böen ist ja nicht so weit weg von Leipzig. Da sind ja dann die Leute wirklich auf die Straße gegangen und haben sich dann halt, ja, auch klar gezeigt und positioniert, in welche Richtung sie gehen wollen. Und da hat man das natürlich extrem mitgekriegt. Trotzdem war man immer noch so in so einem Kokon gefangen, wo man dann jetzt in dieser Blase oder in diesem, das war so, was für uns wichtig war, das hat dann nicht, trotzdem nicht nachgelassen. Und deswegen hat man das jetzt total registriert und natürlich viel gelesen und im Fernsehen gesehen. Aber man war dann natürlich gespannt, was es für eine Veränderung dann für einen persönlich geben wird. Und die waren dann am Ende schon sehr hart. Ja, guter Freund von mir, kommt aus Thüringen, der arbeitete damals auf dem Bau, sitzt auf seinem Bagger, baggerte und das war eine Baustelle, ich glaube, der war da irgendwie zwei Tage, drei Tage mit beschäftigt und er hat erst nach dem dritten Tag erfahren, dass einfach die Mauer gefallen ist und dass jetzt die Grenzen außen sind. Der hat kein Fernsehen geguckt, der hat kein Radio gehört, der hat den Mauerfall sozusagen verschlafen oder durchgearbeitet, kann man sagen. Das ist auch eine skurrile Nummer. Gut, aber weg von dieser Wende kommen wir mal hin eher jetzt zu deiner Wende. Das heißt, du hattest dann nach Union Berlin ja eine Station FC Sachsen-Leipzig habe ich auf dem Tableau für rund ein Jahr. Dann aber Babelsberg, ne? Babelsberg 03 und war da schon für dich irgendwie klar, okay, lange mache ich jetzt nicht mehr oder? Nee, eigentlich nicht, das war eigentlich nochmal eine Zeit, ich bin ja da, Babelsberg ist damals ja, relativ überraschend aufgestiegen, haben guten Fußball gespielt, damals Hermann-Andrejew, Trainer und ja, die wollten mich haben und in Leipzig wusstest du gar nicht, wie es weitergeht und deswegen war das schon gut, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist. Was dann am Ende in den zwei Jahren dann passiert ist, das war dann halt nicht mehr so gut, weil ich glaube, es waren so als Fußballer dann halt so extrem schwierige Jahre bis unter dem Strich zweimal abgestiegen, am Ende dann auch keine Lizenz mehr bekommen oder hättest keine Lizenz bekommen für die Regionalliga, damals für die dritte Liga und das war dann schon so, das macht dann nicht so viel Spaß, wenn du dann halt als Spieler kommst und vorher war es erfolgreich und dann läuft es nicht mehr so, das war, also einsportlich zwei katastrophale Jahre, das muss ich sagen. Was hat dich denn damals dann nochmal, nee, überhaupt zur Station Schön Eiche gebracht? Naja, das war, also mir, so bitter wie Badelsberg, das für mich sportlich war, so haben wir uns aber hier in der Nähe von Potsdam, das ist sehr wohl gefühlt als Familie, die Kinder waren im Kindergarten, meine Frau hat sich wohl gefühlt, wir haben hier einen guten Anschluss gefunden und wir wollten dann eigentlich hier in der Region bleiben und dann muss, war das damals gar nicht so einfach, dann gehst du natürlich auf die Suche, der Vertrag war zu Ende und ich wollte dann auch eigentlich nicht mehr, ich wollte, also jetzt musst du da nochmal was anderes machen und irgendwie gucken, dass du weg vom Fußball in einen Job kommst, der dann halt, wo du dann halt auch über eine längere Zeit Geld verdienen kannst und dann, ja, hat dir der Fußball geholfen, also dann gab es einen schönen Eiche einen Autohausbesitzer, der, also ein Erkner sein Autohaus hatte und der die Mannschaft da in Schöneiche als Präsident, ja, geführt hat und da hab ich nochmal dann in dem Autohaus eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht und nebenbei dann natürlich dort Fußball gespielt, das war dann halt, ja, Heimann, da war bei Training und, ja, und dann halt die Ausbildung und, das war halt dann der Grund, warum es dann nach Schöneiche ging, dass man halt, dass wir hier wohnen bleiben konnten und du dann trotzdem eine Perspektive hast, irgendwo dann halt auch einen Job zu haben. Name hab ich mal aufgeschrieben, Günther Neumann, stimmt das, ja, das war also so dein, kann man sagen, Förderer und derjenige, der dann gesagt hat, du machst jetzt einen auf Trainer. Ja, ja, das am Ende das schon, ja, also ich habe, war ja dann Spieler, dann war das dann auch als Spieler dann nochmal schön für mich, weil das hat dann nochmal Spaß gemacht, mit den Jungs da zu spielen, das war halt, ja, also ursprünglich so, das sind alles Leute, die auf Arbeit gegangen sind, die dann halt nach Feierabend zum Fußball kamen, weil sie einfach Lust hatten und dann, na, dann haben wir dann einen relativ Erfolg, wir sind zwar nicht aufgestiegen, aber wir sind Pokalsieger in Brandenburg geworden als Verbandsligist, das war dann auch für mich nochmal so ein schöner Abschied, dann auch dieses, da haben wir eine alte Tosterei, das Pokalspiel gemacht gegen 1860, was wir kurz vor Schluss dann verloren haben, aber das war, dieses Spiel war dann für mich so nochmal so, jetzt hast du nochmal so, das war so ein schöner Abschied dann eigentlich, aber in einem gut gefüllten Stadion dann nochmal so ein Highlight zu haben und dann habe ich mich kurz darauf, später dann verletzt, das Kreuzband gerissen und dann war die Karriere als Spieler dann vorbei und am Ende dieser zweiten Saison, ja, dann hat der Günter Neumann den Trainer halt entlassen und hat gesagt, machst du das mal noch für die letzten fünf, sechs Spiele, sag ja, das mache ich und da haben wir, glaube ich, eins verloren und den Rest gewonnen und dann hieß, na, willst du nicht weitermachen und dann hatte ich dann Blut gelegt an der ganzen Geschichte, ich meine, ich wäre so oder so wahrscheinlich Trainer geworden, das wollte ich dann immer werden, egal in was für einem Bereich und das waren dann halt so die ersten Schritte und das war, das war auch gut so, also ich kannte auch die Spieler noch, weil ich selber mit ihnen zusammengespielt habe und kannte halt aber auch die Möglichkeiten und das Umfeld und das war für mich halt auch in guter Zeitpunkt dann halt auch einzusteigen, auch in dieser Liga, weil du konntest dann halt auch Fehler machen, die dann jetzt nicht so extrem bestraft werden, wie wenn du schon im bezahlten Fußball dann irgendwo am Stab gewesen wärst und dann konnte man sich da auch gut entwickeln und seine eigenen Ideen und Philosophien da testen ab, die nachhaltig sind und funktionieren können und von der Seite her war das halt auch eine wichtige Station da in Schöneiche, die dann auch eben doch Spaß gemacht hat. Ja, das klingt, das klingt ja am Anfang, wenn man das so liest, ja, Trainer startet in Schöneiche, ja, Schöneiche, wer ist Schöneiche, so im bundesweiten Fußball gesehen wohlgemerkt, nicht irgendwie, möchte keinem zu nah treten, aber für die Entwicklung, denke ich, ist sowas doch ganz gut, so wie du sagst, da werden Fehler nicht sofort so hart bestraft wie jetzt im bezahlten Fußball, das stimmt schon. Danach bist du, also nach zwei Jahren, glaube ich, bist du ja gewechselt als Trainer zum SV Babelsberg 0-3 als Co-Trainer, wie kam es denn zu diesem, weil natürlich warst du auch in Babelsberg Spieler, gar keine Frage, von daher habe ich die These, dich hat noch jemand gekannt und im Auge gehabt und dich dann angehauen. Ja, also wir sind ja mit Schöneiche dann im ersten Jahr dann eben doch aufgestiegen in die Oberliga und die Oberliga war damals vierte Liga, was jetzt eben die Regionalliga ist und Union ist ja da das Jahr vorher dann halt da wieder zurück in die dritte Liga und Babelsberg war da noch drin, die sind in dem Jahr dann aufgestiegen und wir haben halt gegen sie gespielt und wir hatten ja natürlich ganz andere Möglichkeiten in Schöneiche als jetzt Babelsberg, aber wir haben halt dann trotzdem die Liga gehalten, aber es war für mich dann klar, dass ich am Ende der Saison eigentlich auch aufhören wollte, weil ich muss ja sagen, ich bin ja noch arbeiten gegangen und dann habe ich meine Kinder, ich bin früh aus dem Haus und bin dann abends zurück und ich habe die eigentlich nur noch einen Tag oder zwei Tage die Woche gesehen, weil die waren früh noch im Bett und abends schon wieder im Bett, wenn ich kam und das war dann halt so über zwei Jahre extrem anstrengend und auch wo ich dann gesagt habe, ich muss jetzt erst mal eine Pause machen, so arbeiten musst du ja trotzdem, dass du irgendwie Geld verdienst und dann habe ich eben dann eigentlich nur noch im Autohaus gearbeitet und in dem Moment jetzt nicht mehr, war dann nicht mehr Trainer in Schöneiche. Habe dann eher so ein bisschen bei meinen Jungs Training übernommen, dann hier bei uns auf dem Dorf und dann kam halt die Anfrage im Oktober oder so von Brawelsberg, die hatten ja die Trainer entlassen und wollten halt unbedingt dort in diese dritte Liga reinkommen und dann ist Dietmar Demuth dort Trainer geworden und dann haben sie einen Co-Trainer gesucht, den neuen und da sind sie halt auf mich gekommen und dann habe ich mich mit Dietmar Demuth getroffen und mit Ralf Hechel damals und da haben wir besprochen und dann hatte ich gesagt, okay, das ist jetzt hier bezahlter Fußball, dann ist es eben noch Bergner musste ich halt 80 Kilometer fahren mit dem Auto oder mit dem Zug und von mir zu Hause bis nach Brawelsberg waren es halt nur 10 Kilometer und deswegen war das dann auch von der Entfernung her und auch finanziell her dann halt auch eine Verbesserung und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt und ab dem Zeitpunkt war mir auch klar, jetzt gehst du wieder zurück in Fußball, jetzt musst du natürlich sehen, dass du dort in dem Fußball dann auch irgendwo so fest dich verankerst, dass du dann halt auch stabil bleiben kannst und ich hatte den A-Schein dann schon in der Zeit in Schöneiche gemacht, 2006 glaube ich und dann war klar, dass ich dann auch den Fußballlehrer machen wollte, wo ich dann auch auf Brawelsberg gekannt bin. Anfang war schwierig, weil ich glaube, wir waren dann nicht so konkurrenzfähig für Platz 10, war nicht realistisch in der Saison, aber ich glaube, wir haben dann schon auch eine gute Entwicklung mit Brawelsberg genommen und sind ja dann auch aufgestiegen und haben eigentlich auch die Prädeliga dann halt gehalten für eine gewisse Zeit. Ja. Wie war das damals dann bei dieser Station? Wer sucht sich eigentlich den Co-Trainer aus? Macht das Sportdirektor oder macht das Trainer? Nee, dann das war das war mehr oder weniger der Ralf Heschel, der Geschäftsführer, hat das vorgeschlagen. Am Ende musst du, hat Dietmar Demut, wir haben uns getroffen, wir kannten uns nicht und er hat dann gesagt, ja, okay, das passt dann schon oder wir können das so machen und da muss ich auch sagen, dann hat er mir wirklich auch viele, viele, viele Freiheiten gegeben, also so was jetzt Trainingsgestaltung und so betrifft, da konnte ich mich wirklich auch da auf dem Niveau dann halt mit nicht mehr nur abends 18 Uhr Training, sondern dann halt auch professionell mit den Jungs und da konnte ich halt dann weiter auch probieren und testen, was funktioniert, was nicht funktioniert, ohne dass ich jetzt dann eben den Kopf dafür hinhalten musste. Aber ich denke, dass wir da insgesamt mit den Möglichkeiten, die wir da hatten, das Maximum rausgeholt haben und mit dem Aufstieg und dann eben doch mit dem Klassenerhalt auch relativ souverän, war das halt aus meiner Sicht dann auch total aufgegangen. Das klingt so nach so einem gesunden Start irgendwie. Das klingt gar nicht so. Das war gut. Klingt gar nicht irgendwie so, ich bin jetzt Trainer, ich habe jetzt den Schein und jetzt reiße ich irgendwie die Ligen auseinander. Das klingt so eher so nach, ich probiere mal aus und lerne noch dazu und dann wenn es passt, dann knallt es. So hört sich das an. Ja. Gut. Nun denn, nach Babelsberg, also die Station, die war relativ lange als Co-Trainer. Ja. Also waren das auch vier Jahre? Ne, ne, das waren drei und drei Viertel Jahre. Drei, drei Viertel Jahre. Ja, ja gut. Ich wäre da eigentlich auch nicht weggegangen. Also das war ja für mich halt optimal so und dann gab es aber wie so oft im Babelsberg dann halt finanzielle Probleme und wir haben gesagt, ja, nee, das wird schwierig und es wird nicht weitergehen. Wir werden wahrscheinlich keine Lizenz bekommen und deswegen sah es so aus, ich bin in Urlaub gefahren oder kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin, sah es so aus, als wenn das da nicht weitergeht und dann musst du natürlich gucken und da gab es dann halt Kontakt mit BRK, mit dem Präsidenten von, über einen Spieler, einen ehemaligen Spieler von Babelsberg, die ja damals aufgestiegen sind mit der Regionalliga und gesagt, die suchten einen neuen Trainer. Und jetzt natürlich mal mit dem treffen, ja, und dann habe ich mich mit dem getroffen und habe mir mal die Bedingungen und Gegebenheiten angeschaut und dann war ich eigentlich, boah, hatte den Fußballlehrer beendet und ich hatte dort auf einmal für Berliner Verhältnisse ganz vernünftige Bedingungen da zu trainieren, also sogar richtig gute zum damaligen Zeitpunkt und da habe ich dann Feuerwehrverfahren und habe gesagt, okay, dann mache ich das und dann hieß es, ja, es geht doch weiter und da habe ich gesagt, aber nicht mehr mit mir, also ich mache jetzt was Neues und was Eigenes und bin dann zum BRK gegangen 2011. Was treibt einen da an? Ist es der Ehrgeiz oder ist es dann eher so der Reiz nach was Neuem oder beides vielleicht? Also, da kam, wie das, da kam Trotz zusammen, erst mal so, da war ich sauber da drauf, dass das, wie die, wie das dann halt in Baritzberg gelaufen ist und, und dann natürlich auch, okay, jetzt hast du den Fußballlehrer jetzt, klar, hat man auch immer Dinge, die man vielleicht ein bisschen anders machen würde als der Cheftrainer und dann musst du dich irgendwo ausprobieren und du hast dann halt auch gesehen, in der Phase, ich meine, wir waren jetzt nicht unerfolgreich, aber es war dann extrem schwierig, wo du dann gesucht hast, was machst du jetzt eigentlich, wenn das in Baritzberg nicht weitergegangen wäre und dann war für mich auch klar, du musst jetzt, du musst dann selber irgendwie eine Mannschaft übernehmen, so als Code-Wähler, da nimmt er eigentlich gar keine Notiz von dir, so, deswegen war das für mich ein wichtiger Schritt, dann kam noch dazu, ich meine, es ist ein türkischer Verein, es ist ein türkisch geführter Verein, aber es konnte niemand absteigen damals aus der Regionalliga, weil es da dann diese Reform gab und das hat eben allen auch noch so ein bisschen, ja, die werden jetzt vielleicht nicht so schnell unruhig, wie vielleicht, wenn man aus der Saison wo es eben Absteiger gibt und das war dann auch so, wir sind auch schwierig gestartet mit vier Niederlagen weil es war eine neue Mannschaft, eine neue Liga und es hat halt ein bisschen gedauert, bis wir uns dann da eben auch sortiert hatten in der Regionalliga, am Ende sind wir dann, glaube ich, siebener geworden, haben dann eine ordentliche Saison gespielt, aber der Start war halt schwierig. Die Zeit dort ging also nach so, was haben wir jetzt gesagt, drei, drei Vierteljahre zu Ende. In Babelsberg. In Babelsberg, genau. Da hast du ordentlich was mitgenommen, so habe ich das jetzt verstanden. Ja. In deiner Co-Trainer-Laufbahn beim Berliner AK 07 warst du von 2011 bis 2013. Genau. Ja, so. Wie kam der Sprung dann wieder zu, äh, nicht wieder, ich, ich, ich und mein wieder, lass das weg, dann kam der Sprung nach Leipzig, RB Leipzig damals auch schon, ähm, in die U19. Jetzt war aber Leipzig ja nicht so aufgestellt damals wie heute, oder? Nee. Nee. Aber du, man hat schon gesehen und gewusst, wohin das geht. Also die haben ja schon gebaut, also man hat da schon gesehen, dass das, ähm, eine nachhaltige Geschichte ist und nicht bloß irgendwo so, ähm, irgendwas mit, mit heißer Luft. Also das war, das war von Anfang an zu spüren und zu sehen. Und, ähm, wir haben ja auch gegen sie gespielt in beiden Jahren, also dann auch gegen, gegen RB mit, mit BRK. Deswegen hat man das schon gesehen, man war dort, wo Ort Leipzig ist, ja, kann man eigentlich fast sagen, so ein bisschen, das ist ja die größere Stadt meiner Heimat. Also das war, ja, grundsätzlich war es aber, bei BRK hatte ich das Gefühl, ich habe da alle Grenzen erreicht dort, also mehr und besser und weiter wird es nicht gehen mit den Möglichkeiten, die wir da hatten und, äh, so und deswegen war das für mich in den NLZ, äh, wenn man jetzt sich den Werdegang vorher angesehen hat, eben die Verbandsliga, Co-Trainer, Regionalliga, Dritte Liga, Cheftrainer, äh, Regio Nardiga, dann einfach in den, in den NLZ, wo, ja, was dann halt top geführt ist und, und, und eigentlich schon auch gute Bedingungen hatte, jetzt noch nicht diese High-End-Bedingungen, die sie jetzt haben, aber, schon trotzdem sehr gute Möglichkeiten, äh, das dann einfach zu probieren, das, da hatte ich immer mal Lust drauf, nie die Chance gehabt oder bekommen und dann habe ich gesagt, okay, das, das mache ich, das ist jetzt, äh, der nächste Schritt für mich. Mhm, also, RB Leipzig, muss ich ja zugestehen, ist nicht einer meiner Lieblingsvereine, also, hat aber mehr was, äh, vom, von der Fußballromantik her was zu tun und Traditionsvereins, Liebhaber und so weiter und so fort, äh, äh, nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass sie, also das, was sie damals angefangen haben aufzubauen, bis heute sich, also heute kannst du, kannst du das echt vorzeigen, ne, also das sind ja Top-Bedingungen, ich kenne, äh, da noch zwei, drei Leute, die mittlerweile dort arbeiten, ähm, es schwärmen so viele davon, ist es, ähm, soll ich denn sagen, ähm, du hast ja eben gesagt, es wurde ja damals schon aufgebaut, ne, ähm, was war denn so der Unterschied zu den anderen Vereinen, die du vorher begleitet hast? Naja, das, äh, der, der, der größten Unterschied war, dass es halt dort eine klare Spielphilosophie gab, die da der Verein vorgegeben hat, also in Person von Ralf Rangnick mit seinen, äh, Mitstreitern Helmut Groß und, äh, im Nachwuchs, äh, Frieder Schroff und, äh, und Ahlbeck, die hatten, da war ganz klar, das und das wollen wir spielen und, äh, danach haben sie eben auch die Trainer rausgesucht und, und das haben sie auch eingefordert, was, äh, was sie dann halt sehen wollten und, äh, auf dem Trainingsplatz, es sollte halt so immer ein Wiedererkennungswert sein, dass es halt, so spielt RB Leipzig, das war damals halt, äh, ja, da hat man natürlich, und die haben halt da alle drauf getrimmt und man hat, äh, ja, ständig irgendwelche Sitzungen und Weiterbildung gehabt, die dann halt, wo man dann immer auch, äh, von Salzburg und von, von der ersten Mannschaft immer wieder auch sehen bekommen hat und, und, äh, das wollen wir auch machen und die machen es so und im Training kann man das so erarbeiten und deswegen hat man da jetzt schon auch nochmal eine Menge so, an solchen inhaltlichen Sachen eben, äh, mitgenommen. Ja, ich meine, dieses Netzwerk in diesem Red Bull Kosmos, äh, ist ja, äh, Kosmos, nicht Kosmos. Das Netzwerk im Red Bull Kosmos, äh, sagt sich ja so, dass anscheinend Salzburg, zumindest im Fußball gesehen, äh, dass Salzburg so als Prototyp dient, ne, als, als Vorzeige, ähm, Verein, Verein, so wie es dort umgesetzt wurde, so wurde es dann auch hier, ähm, umgesetzt in Deutschland, ähm, und man profitiert natürlich, ähm, durch die, durch den einfacheren, äh, Spieler, wie soll ich denn sagen, Austausch, oder habe ich da was falsch verstanden? Ne, also ich glaube, ne, dass so, wie es jetzt so läuft, gerade mit Österreich, dann, das ist schon, das ist ja eigentlich perfekt für die Entwicklung von Spielern. In Österreich ist es so, dass da die, da geht der Nachwuchsbereich nur bis zu U18, das heißt, also die Jungs, die jetzt, äh, in Deutschland noch A-Jugend spielen können, müssen dort schon im Männerbereich, dann haben sie dieses Konstrukt mit Liefering, dann spielen halt diese, die bei uns noch A-Jugend spielen, spielen dort schon alle im Männerbereich, zweite Liga Österreich, wo es auch Mannschaften gibt, die in die Bundesliga aufsteigen wollen, wo es schon um so viel geht, und dann haben sie den Vorteil, dass sie die Jungs in der Youth League dann natürlich, äh, direkt auch wieder zurück in die, in die, in die A-Jugend stecken können. Ich meine auch, das war sicherlich ein wichtiger Grund, warum Marco Bose damals mit, mit, äh, RB Salzburg die Youth League gewonnen hat, weil sie, ähm, genügend Jungs hatten, die dann eben schon diesen nächsten Schritt gemacht haben, Erfahrung, in einem relativ geschützten Raum und trotzdem, äh, mit richtig Raum im Gegenwind. Und, äh, das sieht man ja heute auch an den Mannschaften, oder an den Vereinen, die es schaffen, wie ihre zweite Mannschaft in der dritten Liga, äh, Spiel zu haben, das ist für die Jungs enorm wichtig, weil, äh, da geht es schon um so viel, was dann oben eben doch wichtig ist und, und deswegen, äh, ist dieses Konstrukt dann halt auch, äh, gut, dann kommen die direkt auch, äh, in die, in die erste Mannschaft rein, oder die können ständig auch, äh, eigentlich wechseln zwischen Niefering und, und Salzburg und das ist für die Entwicklung von jungen Spielern unheimlich wichtig, weil die Liga ist halt, ja, äh, noch nicht so brutal wie die Bundesliga oder die Premier League und die Spieler können dort, äh, wirklich diese, diese ersten Schritte im, im Profibereich, äh, super lernen und deswegen ist das, ich glaube, jetzt mit Seiwald kommt der 20. Spieler von, äh, Salzburg nach Leipzig und macht dann halt in der Bundesliga den nächsten Schritt, also von der Seite macht das irgendwo schon auch Sinn, auch dann halt die Art und Weise Fußball zu spielen, die sich ja auf Strecke immer mal auch verändert, auch, äh, aufgrund der, der Trainer, die dann da sind, aber ich glaube, jetzt sind sie wieder so auf einem Weg, wo, wo das ein bisschen einheitlicher läuft. Mhm. Ähm, gut, jetzt gehen wir mal weg, äh, du warst jetzt bei der U19 in Leipzig, ähm, aber ein Jahr, jetzt musst du mir die Frage gestatten, warum nur ein Jahr? Ja, also, ich hatte einen Auftrag, äh, dort, äh, wir hatten das Jahr davor so ein bisschen auch Probleme in der Regionalliga, die, äh, und sie wollten halt gerne Top-Talente nach Leipzig holen und das geht nur, haben sie gesagt, wenn sie, wenn die A-Jung Bundesliga spielt und das war, das war der große Auftrag, äh, die Mannschaft, äh, hochzubringen in den Bundesliga. Das haben wir, ich glaube, mit Braubor, am Ende des Tages, äh, bewältigt, ich glaube, das sind ohne Niederlage irgendwie durch die Serie gekommen und haben, da sind dann am Ende, am Ende sehr, sehr souverän aufgestiegen vor einer guten Mannschaft als Cottbus, die dann halt auch eigentlich, auch richtig gute Einzelspieler hatten und dann hätte ich mir das natürlich auch vorstellen können, dass es, äh, auch, auch länger geht, aber ich hatte dann halt das Gefühl, dass sie, in allen Bereichen immer wieder suchen nach neuen Talenten und das betrifft, also dann nicht nur die Spieler, sondern auch die, auch die Trainer und, äh, und ich hatte nicht das Gefühl, dass da so, dass sie, dass das jetzt so eine Geschichte wird, die jetzt ewig lange sein kann, also man kann nicht, ich hätte mir das auch vorstellen können, wenn ich dann jetzt, so auf Schalke gucke, wie lange Norbert Elgert dort die U19 schon macht, dann hätte ich mir sowas auch vorstellen können, weil das ist, äh, das ist ein schöner Job und, äh, immer mit guten Jungs dann zusammenzuarbeiten, aber das Gefühl hatte ich in Leipzig nicht, sondern es war halt irgendwie ein Gefühl, der Hummer-Durchläufer-Hitzer für den Trainer und deswegen gab es dann die Möglichkeit, nach Magdeburg zu gehen, wo ich schon eh immer irgendwo gesehen habe, dass da was da für Möglichkeiten da sind, äh, wenn man dann Erfolg hätte dort in Magdeburg und dann gab es die Möglichkeit, dort nach Magdeburg zu gehen und dann habe ich gesagt, okay, dann, äh, gehe ich jetzt, sag ich mal, wieder in Männerfußball, aber zu einem Verein, der dann halt auch diese Möglichkeiten hat, eben doch, in die dritte Liga aufzusteigen. Mhm. 1. FC Magdeburg, du sagst es, ähm, das ist, das ist auch irgendwie so krass, du hast ja dort vier Jahre rund, vier Jahre verbracht und, äh, die ist ja dadurch aus einiges gelungen in den vier Jahren. Wenn man das jetzt mal so, so, Moment, Revue passieren lässt, was, was ich mir nur bitter vorstellte, ne, während der Recherche, bin ich drauf gestoßen, dass zwei Saisons hintereinander man auf Platz vier abgeschlossen hat, also man war immer so ganz knapp dran, aber dann, man sagt ja, alle guten Dinge sind drei und dann gelangt damals der Aufstieg. Bevor wir aber jetzt dazu kommen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du von Leipzig nach Magdeburg gegangen bist? Naja, gut, die, die, die Magdeburger oder, sag ich mal, die Verantwortlichen, wir, wir waren ja immer Konkurrenten, auch, äh, wo ich noch bei BRK war und die, ich glaube, er hat mit BRK nicht Endspiel gegen Magdeburg verloren, obwohl wir eigentlich ganz viel schlechtere Möglichkeiten eigentlich hatten als Magdeburg und, äh, sie war, sie hatten dann, mit Andreas Petersen einen Trainer, der dann halt aber nicht den Fußballlehrer hat, der dann halt aber notwendig ist für die, für die dritte Liga, aber, wenn du aufsteigst, dann ist das ja, ähm, auch deine Eingriffskarte von der, von der Regionalliga in die dritte Liga in diesen, in diesen Lehrgang, äh, in diesen Fußballlehrerlehrgang, aber er war dann schon so alt, dass er gesagt hat, er, er macht das nicht mehr, also er will diesen Fußballlehrer dann nicht mehr, selbst wenn er in den Lehrgang dann gehen könnte, das will er nicht mehr machen und da war für die Verantwortlichen dann klar, der Vertrag läuft aus, wir brauchen aber jemanden, der, wir wollen perspektivisch in die dritte Liga, wir brauchen jetzt am besten jemanden, der schon den Fußballlehrer hat, also diese Voraussetzung hatte ich erfüllt und, und auch sportlich, äh, haben die Verantwortlichen gedacht, das könnte passen und ich habe auch gedacht, das könnte passen und, ähm, dann bin ich da nach Magdeburg mit viel Euphorie, mit viel, ja, Ideen, äh, was zu verändern und, äh, ich glaube, da habe ich am Anfang auch zu viel gewollt, ich glaube, da habe ich die, die Jungs dann halt auch ein Stück weit überfordert, die zwei Jahre, äh, da bei Adria, Adria Spätersen eigentlich schon erfolgreich gespielt haben, aber eben, äh, anders trainiert und anders, äh, gespielt haben und, äh, da mussten wir dann auch natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, äh, haben wir dann, glaube ich, gezündet, so diese, nach dem 6-0 in Bautzen, dann ist der Zug, äh, ins Rollen gekommen und dann, dann war mir nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Wie war, wie war das denn so, ähm, du sagst ja, ähm, du wolltest zu viel, warst du da irgendwie zu ehrgeizig, warst du streng, bist du eigentlich ein strenger Trainer? Ja, eigentlich schon, also man hat dann natürlich eine Idee, wie man Fußball spielen will, wo man denkt, okay, das könnte erfolgreich sein, du hast auch die, mit diesem ganzen Wissen von BAK, von, ähm, was man sich dann selber angehäuft hat, aber auch natürlich dann nochmal mit diesen, mit dieser Station in Leipzig und, äh, wo man dann auch ganz, ganz viele Sachen eben auch, äh, mitnehmen konnte für, für das, was man denn eben, äh, will oder wie wichtig das eben ist, auch eine Philosophie klar zu haben und eben auch dran zu bleiben und umzusetzen und auch, äh, da hartnäckig zu sein und das hat man dann jetzt alles mitgenommen und aber, es gibt aber nicht nur, ähm, den direkten Weg, äh, auf dem Berg zum Erfolg, sondern es gibt halt auch, man kann halt auch außen rum, das dauert manchmal ein bisschen länger, aber am Ende kommt man auch ans Ziel und da, diesen Weg, da, äh, musste ich erstmal noch ein Stück weit lernen, dass es ja nicht nur den direkten gibt, sondern vielleicht auch, eben diesen, der ein bisschen, ja, ein bisschen länger ist, aber, ähm, aber Ende trotzdem zum Ziel führt. Mhm. Ähm, gibt es, gibt es aus der Magdeburger Zeit noch was, außer den Aufstieg natürlich, wo du auch sagst, ey, das, das hat so richtig, äh, Eindruck bei mir geschunden, vielleicht auch irgendwelche Spieler, die dich nochmal so richtig überrascht haben, das finde ich immer ganz interessant. Ja, also das, also wir konnten ja, oder wo ich kam, ja, ich hatte schon noch, ich hab, ja, ich hatte schon noch Zeit, ich konnte mir noch ein paar Spiele der alten Saison ansehen, ich konnte schon noch mit den, mit den, ich konnte mich schon am Ende der alten Saison schon vorstellen, ich hatte, wir konnten auch ein bisschen am Kader auch da noch ein bisschen was tun, es war eigentlich eine gute Vorbereitung, so auf diese, auf diese Zeit, weil man rechtzeitig den Vertrag unterschrieben hatte und wusste, auf was man sich einlässt und das war erstmal eine gute Grundvoraussetzung und trotzdem sind aber ja viele von der Mannschaft eben geblieben und, und das war halt das Spannende, ja, so diese, die Jungs dann halt, du hast die, du konntest ja jetzt auch nicht Bodykalbers verändern, und hast so, und jetzt, wie kriegst du das hin, mit denen dann eben wirklich diesen letzten Schritt noch zu machen, von Platz 2 dann eben auch wirklich dann in den ersten zu werden und was dann dazugehört und da, ja, das ist dann, das ist immer so ein Prozess, der dann ein Stück weit eben gedauert hat, das Vertrauen auf beiden Seiten, manches wurde noch in Frage gestellt, wir hatten eben, wie gesagt, nach dem Tiefpunkt, nach dem Neustradius-Spiel dann schon auch nochmal, auch gerade mit Mario Peilek und mit der Mannschaft dann nochmal so und mit mir, was sind so jetzt so Sachen, was ist jetzt verhandelbar und was ist nicht verhandelbar und wir haben uns dann halt so auf, ja, so fünf Punkte geeinigt, wo ich gesagt habe, es ist nicht verhandelbar und dann hat die Mannschaft dann natürlich auch gesagt, ja, das können wir umsetzen und das ist das, was wir auch schaffen können und ab dem Zeitpunkt, wie gesagt, dann kam so ein Dosenöffner, so ein Spiel, was du, was du sechs Punkte binst, wo du zwischendurch auch mal Glück hattest, selbst wenn du dort einen Ausgleich kriegen können, aber du hast am Ende dann souverän gezogen und dann mit Erfolg ist es alles natürlich einfacher, dann ist die Argumentation für den Trainer einfacher, die Jungs merken, okay, das funktioniert, was der Alte sagt und wir können dir auf den vertrauen, der weiß schon, was er macht und das war dann schon auch richtig, wir haben da auf der Grundordnung, wir haben ja dann fast dann auch die erfolgreichste Zeit dann auch so 3-4-3, das hat eben doch gedauert, bis wir da für die Mannschaft das Richtige eben gefunden hatten, womit sie sich dann wohlfühlen und am Ende auch erfolgreich sind und das war auch so, diese Redegationsspiele, da hatten wir natürlich dann diese Negativerfahrung aus dem Union-Osnarbrück-Spiel, dann natürlich geholfen, auch jetzt, wie gehst du dann so eine Relegation gegen Offenbach an und bei dann ging es dann auch nochmal um alles und Offenbach hatte auch eine richtig gute Mannschaft, die haben eine richtig gute Saison da gespielt, waren eigentlich der Favorit und ja, wie gehst du das an und das war dann schon auch gut und wie die Jungs dann halt auch diese zwei Spiele gemacht haben, was dann auch für eine Atmosphäre in Magdeburg und auch in Offenbach war, das war sensationell. Also diese Spiele, so von der Wertigkeit, das ist, also ich habe da bis jetzt nichts anderes erlebt, weil was mich jetzt wohl das Kribbeln höher war als in diesen beiden Spielen und das dann so souverän dann auch wegzuziehen, das war schon beeindruckend, wie die Jungs dann halt auch eine Stabilität hatten, obwohl du dort in Offenbach der Einzelne hinten lagst und sie haben dann überhaupt nicht gewackelt, haben dann relativ schnell den Ausgleich gemacht, sind dann in Führung gegangen und haben dann noch einen draufgelegt auch mit diesen ganzen Unruhen und Platzsturmen und haben sich überhaupt nicht da aus der Ruhe bringen lassen und das muss man sagen, da ist ja eine richtige Mannschaft entstanden, du hast dann halt eine klare Vierarchie gehabt, die dann auch funktioniert hat und das hast du dann halt auch mit den Dritten Liga genommen. Ich erinnere mich da aber, aber ich, es kann jetzt sein, dass ich da durchaus was durcheinander werfe, aber war es nicht so, dass man, dass ihr im DFB-Pokal, ich erinnere mich leider nicht mehr ans Jahr, wie war das? Es gab eine Zitterpartie, Elfmeterschießen, zweite Runde, aber in der ersten Runde hat man Augsburg, glaube ich war es, Augsburg, rausgekegelt mit einem 1 zu 0. Das war für mich überraschend damals, deswegen weiß ich das noch so, ich dachte so, der FC Augsburg war ja damals auch sehr gut unterwegs eigentlich, dachte ich nur so, wow, und dann eben, aber leider dann in der zweiten Runde und ich bin der Meinung, das war Leverkusen, das weißt du aber besser als ich, das war Leverkusen und Rogerschmidt, und wir haben, wir gehen sogar noch in Führung, in der Verlängerung, genau, Supertoe von Niklas Brandt, kriegen dann halt, aber noch den Ausgleich, aber Duvillus, glaube ich, Kopfball nach einem seitlichen Freistoß, dann Elfmeterschießen, wir sind zwei Elfmeter vorn, und verschießen die letzten beiden, und fliegen dann raus im Elfmeterschießen. Ja, also allein, ja. Aber das ist dann trotzdem so, das sind so, danach waren wir auch, also es war, das war halt direkt das Spiel, nachdem wir gegen Bautzen gespielt haben, kam dieses, unter der Woche dieses Spiel, und dann haben wir trotzdem aus dieser Niederlage so viel auch mitgenommen, auch so, was jetzt auch unsere Grundordnung und wie wir das verhalten wollen, dass wir dann halt auch dann nicht mehr davon abgewichen sind, und dann halt auch so eine ganz richtig feste, gute Abläufe eben doch hatten in unserem Spiel. Wie hast du denn diesen, diesen Kampf da erlebt in diesem Pokalspiel, gerade gegen Leverkusen, das muss doch nervenaufreibend sein, also natürlich ist man fokussiert und auf seine Arbeit konzentriert, aber man leidet doch dann auch so zum Teil mit oder nicht, oder vielleicht sogar voll, ne, nicht mal zum Teil. Ja, aber Leverkusen hatte eine richtig gute Mannschaft, ich meine, da hat noch Son gespielt, da hat wirklich da rote Karte gekriegt, das war, wie das immer so ist, so ein Pokalspiel, Flutlicht an, in Magdeburg, das Stadion ist voll, da ist natürlich eine wahnsinnige Atmosphäre, und wir haben es halt geschafft, in dem Moment halt Leverkusen auch ein Stück weit auf unser Level runterzuziehen, also wir haben sie nicht in ihr Spiel reinkommen lassen, ich meine, dann hilft uns auch der Platz, der dann damals nicht so super war, sondern wo man dann halt auch so ganz gedeckten, flachen Fußball nicht so spielen konnte, weil da halt immer ein paar Huckel drin waren, und dann mussten sie halt das spielen, was wir spielen wollten, und da waren wir halt nicht so schlecht, und dann konntest du halt so, ja, gegen seinen Bundesligisten dann auch eine Überzahl auch noch ganz gut mithalten, und am Ende hat es nicht gereicht, dann haben die halt dann doch irgendwie die Nerven versorgt, weil einer von den Betten hätte ja bloß mal in die Bitte schießen, in den Essen, siehst du, das war dann halt ärgerlich, dass du dich nicht belohnt hast, aber im Endeffekt, du hast dann halt keine Zusatzbelastung gehabt, zwar ja trotzdem, auch in der Liga, ein langes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Zwickau um den ersten Platz, und dann vielleicht sollte es so sein, dass du nicht alles kriegst in so einem Jahr. Ja. Ach Mensch, aber ich weiß noch, ich habe echt gedacht, das gibt es nicht, die gehen in Führung, und dann trifft der, ich weiß schon gar nicht mehr wer, oh nein, und ich wollte eigentlich ins Bett, so bin ich ja auch ähnlich, ich war müde an dem Tag, naja, gut. Ach ja. Gut, aber nicht desto trotz, ihr habt den Regional, nee, warte mal, was war das, Landespokal, Sachsen-Anhalt. Nee, in dem Jahr haben wir ihn nicht gewonnen. Ach nee, Quatsch. Das war ja, das war, haben sie den gewonnen, da haben sie ein richtig gutes Spiel in der Halle gegen Grittwigisten gemacht, und das gewonnen, und dadurch waren wir im Pokal drin, gegen Augsburg, und dann gegen Leverkusen, aber in dem Jahr, haben wir das, ich glaube, das war das Halbfinale gegen Halle zu Hause, auch im Elfmeterschießen verloren, nach 0-0. Und Halle war ja ein Rittligist, aber wir haben sich verloren, aber im Elfmeterschießen waren wir in dem Jahr halt nicht so gut. Ja, mein Gott. Waren wir in Magdeburg nie gut, gegen Frankfurt haben wir dann später auch nochmal verloren, im Elfmeterschießen. Ach ja, Elfmeterschießen, drauf geschießen, es gab ja dann, das habe ich vorhin ja schon mal angeteasert, Saison 15-16 und 16-17, also zweimal hintereinander auf Platz 4 beendet. Man war immer so nah dran am Aufstieg, und dann aber hat es in 17-18, kam dann der große Schlag. War es für dich irgendwie, ab was für einem Spieltag, war es für dich klar, jetzt oder nie? Also, jetzt, jetzt liegt es doch eigentlich schon vor uns, der Aufstieg. Ja, das war also in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind, nach dem Spiel in, in Wiesbaden. Das war es, glaube ich, 2-1 gewonnen, und danach, da war, da war ich mir halt sicher, also das lässt sich die Mannschaft auf gar keinen Fall mehr nehmen, jetzt marschieren wir auch durch. Was ist in dir da so vorgegangen, als dann, dass, das Matchday, also es hieß Matchday, und jetzt, mit den drei Punkten, ist es dann soweit? Ja, das war ja doch relativ entspannt, weil du hast ja mehrere Matchbälle gehabt, und wir haben den ersten Matchball dann halt verwandelt, ich glaube, zu Hause gegen Fortuna Köln, 2-0 gewonnen, und sind dann halt, ich glaube, vier Spieltage vor Schluss, hochgegangen, deswegen, da konnte man sich eigentlich ganz, ganz gut drauf vorbereiten, darum war es halt von der Emotionalität, was anderes, als diese Relegation, zur dritten Liga, mit Magdeburg, also es war halt irgendwie, man konnte sich drauf einstellen, man war dann halt mit Paderborn, haben wir uns ja einen Kopf an Kopf, dann irgendwie um den ersten Platz dann gemacht, aber, wir waren dann halt schon, alle beide Mannschaften relativ weit weg, und hast dann schon noch gesagt, die anderen gewinnen ja dann auch nicht mehr alles, und du verlierst nicht mehr alles, also es war dann, dann also nach dem Wiesbaden-Spiel, wo wir dort 2-1 gewonnen haben, da war es mir eigentlich klar, das war hochgegangen. Was aber nicht selbstverständlich ist, ist natürlich der Erfolg der Mannschaft, gar keine Frage, ist alles hart erarbeitet, aber auch nicht so selbstverständlich ist es, dass du zum Trainer der Saison gewählt wurdest. War das nicht irgendwie auch in diesem Aufstiegsjahr? Ja, ja, das war in dem Jahr, also Philipp Thürpitz war Spieler der Saison, und ich war Trainer der Saison. Also, naja, wie gesagt, das ist dann, glaube ich, auch eine Summe aus den Jahren davor gewesen, wo wir halt 2-mal 4. geworden sind, und wo man dann auch eine, wo man dann halt nur eine gewisse Konstanz gesehen hat, auch in dem Jahr haben wir dann halt, ja, wirklich auch gute Leistungen gebracht, und verdient am Ende, sind wir da auch hochgegangen, und deswegen war das dann jetzt noch eine schöne Nebenerscheinung, aber jetzt nicht das, was ich jetzt unbedingt gebracht hätte, der Aufstieg war schon, und dass wir so am Ende war noch Erster geworden sind, vor Paderborn, es war halt schon, schon auch schön, dann Meister zu werden. Naja, der Ehrgeiz, der kommt da raus, immer fokussiert. Was geschah eigentlich dann in der 3. Liga? War die Mannschaft vielleicht dann noch nicht so weit? 2. Liga. Entschuldigung. War die Mannschaft dann einfach vielleicht noch nicht 2. Liga bereit? Weil deine Amtszeit ging ja noch dann 13 Spieltage lang. Naja, das müssen wir ja sagen, wir haben nur ein Spiel gewonnen in Sandhausen. Wir hatten natürlich ein paar unglückliche Momente, das muss man, das ist ja dann immer so, aber, ja, also, im Nachgang muss ich sagen, wir haben natürlich zwei extrem wichtige Führungsspieler verloren, also die jetzt, zum einen Mario Subislo, der Kapitän hat aufgehört, hat seine Karriere also als Spieler beendet, der für die Kabine und für alles und auch für mich extrem wichtig war, weil der natürlich, ja, der wollte das unbedingt, der hat für diesen Verein dann natürlich auch, er war schon, ich glaube, fünf oder sechs Jahre, aber dann in den fünf Jahren Magdeburg, also die haben dann halt auch irgendwo eine emotionale Bindung an dem Verein gehabt und der hat das weitergegeben und hat halt eine richtig gute Art gehabt, eben doch alle irgendwo mitzunehmen auf dem Weg und dann auch man trotzdem einzufordern. Also so wie man sich halt den Führungsspieler vorstellt, der dann halt selber dann in dem Jahr auch nicht mehr immer gespielt hat, aber immer gepusht hat und immer positiv war und sich total auch im Sinne des Erfolges hinter die Mannschaft und vor die Mannschaft gestellt hat, bei allen möglichen Dingen, die es dann halt auch im Verein, auch da gab es auch ein paar Sachen, die dann, wo es dann richtig gekriselt hat, aber wo er dann halt richtig als Anführer da auch vorne weggegangen ist und mich auch total mit unterstützt hat und der ist weg und André halt nur, da waren wir ein bisschen schlafnützig, da muss ich mir einen Vorwurf machen, da haben wir zu spät gesagt, wir wollen den Vertrag verlängern, und der war dann natürlich so jetzt, dem war es halt egal im Training gegen wen er spielt, ob das ein guter Freund von ihm war oder nicht, also so ein Kanadier mit nordamerikanischer Mentalität, die dann halt auch immer gewinnen wollen und dann, ich sag mal, diese Lücke, die haben wir nicht gut gewonnen oder die konnten wir gar nicht füllen und das war dann halt auch so, wo es dann, dann kamen die Neuen, dann kamen halt Negativerlebnisse, dann gab es viele alte Spieler, die schon aus der Regionalliga mit hochgegangen sind und das waren dann halt wie so zwei Gruppen, die man dann halt auch nicht so richtig gut zusammenbekommen hat, weil eben dann eben doch Erfolge ausgeblieben sind und da waren halt auch bittere Momente dabei, ich spiele gerade zu Hause, erster Spieltag schon in St. Pauli, wo wir dann halt auch so durch so ein, ja, Freistoßtor, dann halt kurz vor Schluss in der Torwartecke das Spiel dann verlieren und, ja, Duisburg, auch in der Nachspielzeit, so ein komisches Tor, wo das Spiel hin und her ging und wir hatten es gedreht und gehen 3-2 in Führung und dann kriegst du es doch nicht, gewinnst du es doch nicht. Das letzte Spiel, mein letztes Spiel Regensburg, das war halt auch mit dem Torwartfehler 0-1 hinten und dann auf 2-1 gedreht und dann halt trotzdem noch 3-2 verloren, auch wieder durch, ja, ein relativ einfaches Standardtor und ein Kontertor, wo man dann halt sagt, oh gut, die haben halt diese Momente gefehlt, dann halt auch, die du dann halt auch brauchst, wo dann alle sehen, okay, wir können auch zu Hause gewinnen und wir waren dann halt auch oft nicht die schlechtere Mannschaft, aber es hat dann, ja, am Ende nicht gereicht, um Spiele irgendwo zu ziehen, auch die Spiele, wo du halt besser warst und dann, ja, war es dann halt 4 Spiele am Stück, die du verlierst und dann haben sie gemeint, sie müssen dann halt eine andere Entscheidung treffen und dann, das war natürlich bitter, das war meine erste Entlassung oder Freistellung und das tut dann schon auch weh, weil du im Nachgang gearbeitet, weil du dich ja noch sagst, du dich auch ärgerst über ein paar Sachen, die man dann halt nicht so gut gemacht hat im Vorfeld, die man dann hätte besser machen können. Ja, aber dennoch bringt es dich ja weiter, das klingt alles sehr selbstreflektiert, also du sagst ja nicht, ah, mit dem Präsidenten oder sonst irgendwas konnte das ja eh nichts werden oder so, sondern du sagst ja selbst, ja, hätte man vielleicht eher müssen, das sind ja nie, ist nie nur eine Person, also ich glaube, klar kann man dann auch in der Gewichtung hin und her gehen, das muss man auch sagen, da war auch, das ist nicht alles gut gewesen, auch im Vorfeld nicht, aber das ist halt so, aber da brauchen wir jetzt auch nicht im Nachgang nochmal irgendwie groß nachkarten. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also es sind ein paar Sachen passiert, die Leute würden es heute vielleicht auch anders machen und dann muss man sich trotzdem eben doch selber reflektieren, was sind jetzt mal deine Sachen eben doch gewesen, die du jetzt auch besser machen können und da kommt man auch, wenn man dann ehrlich ist, dann fallen denen dann auch schon ein paar Sachen ein, wo du sagst, okay, da ist es auch nicht immer richtig gelegt. So ist es, gerade mit denen, naja gut, nee, das mache ich jetzt nicht auf, das was, aber du warst ja dann gar nicht lange weg vom Fußball, weil das hat sich jetzt so angehört, so ja, erste Trainerentlassung und das haftet dann nach, man ist ja auch ein emotionaler Typ, wegen dem hohen Ehrgeiz und Anspruch an sich selbst, klar, natürlich, dann könnte ich mir vorstellen, dass man auch sich mal so eine Auszeit nimmt, gerade nach so viel turbulenten Tagen, Wochen, Monaten vielleicht, aber du bist danach 2019 dann zum FC Hansa gewechselt und oder beziehungsweise wurde es dort verpflichtet, und wie hieß der noch, Mensch, das habe ich mal aufgeschrieben, aber ich finde es nicht, Pieckhagen? Martin Pieckhagen, der hat dich geholt wohl, weil er damals Sportvorstand war, ich weiß gar nicht, ob er es heute noch ist. Also es war so, sie hatten halt, ich glaube, die letzten Spiele waren halt nicht so gut in der, es war dann schon das erste Rückwaltenspiel, haben sie, glaube ich, zu Hause gegen Cottbus verloren und da war noch Markus Thiele Sportvorstand und Pavel Dotschow Trainer und dann war es klar, dass irgendwie, glaube ich, wollten sie mit Pavel dann in der neuen Saison nicht weitermachen und der wollte dann, glaube ich, auch nicht die Saison dann noch zu Ende machen, wenn er nicht bleibt und dann gab es dann halt auch da irgendwie Reibereien und ich glaube, dann hat Robert Marien alle beide irgendwie freigestellt und hat dann Martin Pieckhagen als neuen Sportdirektor geholt und der hatte dann natürlich die Aufgabe, einen Trainer zu suchen. Wie würdest du deinen Start in Rostock bezeichnen? War doch schon erfolgreich auf Anhieb, oder? Ja, also nochmal zu der Pause, also ich glaube, das war schon noch zu schnell, muss man auch sagen, also diese sechs Wochen, die da dazwischen waren, da war ja auch noch Weihnachten und so, da ist man natürlich nicht so runtergekommen und konnte sich jetzt nicht so auch erholen oder reflektieren, wie ich es jetzt kann. Also das muss ich schon sagen, also das würde ich nicht nochmal machen, so sechs Wochen, nachdem man dann irgendwo direkt wieder in so was Neues das Bein springen. Aber, also ja, natürlich ist Hansel Rostock jetzt, du weißt dann natürlich auch nicht, wann nochmal so eine Möglichkeit bekommt, da auch planieren zu dürfen und deswegen habe ich es dann eben auch gemacht. Das war, der Start war jetzt nicht ganz so einfach. Wir haben glaube ich die ersten beiden Spiele verloren in Braunschweig und in Wiesbaden jeweils 2-0 und dann aber auch gegen Mutter Haring zu Hause haben wir glaube ich dann halt 2-0 gewonnen und da haben wir so ein bisschen dann die Kurve bekommen und haben eigentlich die Saison ja zwischenzeitlich vielleicht auch nochmal so ein bisschen geschnuppert, aber wo es dann drauf ankam, haben wir die Spiele halt auch nicht gewonnen, deswegen, aber wir waren halt auch schon im Winter zu weit weg, deswegen sind dann glaube ich am Ende Sechster noch geworden, aber für Platz 3 und Relegation hat es dann nicht gereicht, aber es war, ich glaube am Ende waren dann alle jetzt ordentlich unzufrieden, dass wir die Saison ordentlich beendet haben, aber wenn das dann immer so ist, wenn du auf Platz 6 dann verlierst du dann halt deine besten Spieler, also das waren dann halt Hüsing ging weg, Sukou ging weg, Biancati weg, das ist halt immer so in der 3. Liga, die guten Jungs, die gehen dann nach oben weg und dann, wenn du selber nach oben willst, musst du halt auch ein paar Jungs abgeben, die willst da hin, wo sie nicht so viel gespielt haben, da wird halt von oben geknabbert und von unten geknabbert und da ist es immer ein bisschen schwierig, dann halt auch Strukturen in der Mannschaft zu bekommen, aber auf Strecke haben wir es dann schon ganz ordentlich hingekriegt. Was dann folgte, waren zwei Saisons, also ich weiß, zwei Pokalrunden, beziehungsweise jeweils eine, also das heißt, in der ersten Runde rausgeflogen gegen VfB Stuttgart und das Jahr drauf auch, aber immer mit einem, ich glaube 0 zu 1, also man hat auf jeden Fall Kampf und Leidenschaft auf dem Platz gesehen, nur es wollte, es wollte einfach nicht sein. Was habe ich denn da noch aufgeschrieben? So viel ist es im Prinzip bei mir nicht mehr, aber du hast bestimmt mehr aus der Zeit zu erzählen. Wir haben viel über Magdeburg gesprochen, fällt mir gerade auf, aber wenig über Rostock. Gab es da für dich noch irgendwie was ganz Besonderes? Beispielsweise, warte mal, ich erinnere mich, beziehungsweise ich habe es nur aufgekrisselt gegen FC Schalke 04 ein 4 zu 3. Ich glaube, das hast du auch eingangs erwähnt sogar. Ne, da habe ich jetzt noch ganz drüber gesprochen, aber ne, müssen wir erst mal zurück, dann kam natürlich eine Saison und mit der, ja, mit Corona, das war natürlich dann extrem schwierig. Ich bewand, wir hatten noch Startschwierigkeiten in meine zweite Saison in Rostock und haben uns dann aber richtig gut gefangen und haben dann halt auch richtig gute Spiele gemacht, wir haben zu Hause Egoldstadt 3-0 geschlagen, hatten dann Montagabend, wo es Rundlicht mal kurz ausgefallen ist, Graunschweig 3-0 geschlagen und dann war Schluss. Ja. Dann war vor allem die Saison unterbrochen. Wir waren halt gerade so mittendrin, dass wir halt gut dabei waren und dann kam halt Corona und dann wusste niemand, wie es weitergeht. das war schon noch eine anstrengende Zeit für alle, wo dann, wo niemand wusste, in welche Richtung werden wir dann jetzt gehen und dann wurde die Saison abgebrochen, geht es weiter und die ganzen Vereine hin und her und jeder hatte natürlich seine eigenen Interessen. Und dann ging es weiter und dann, ja, wir haben, glaube ich, schon noch viel investiert, auch in der Zeit dazwischen. Wir haben zeitig angefangen, wieder zu trainieren. Ab wo wir nicht wussten, ab die Saison weitergespielt wird und, ja, sind dann halt 4-0 in Zwickau-Spiel dann am Ende nur 2-2. Das war so ein richtig guter Start dann in diese, wir verlieren dann, glaube ich, zu Hause gegen Mannheim mit dem komischen Elfmeter, so, wo wir dann halt so ein bisschen drei verloren haben, sind noch mal ein bisschen zurückgekommen, aber am Ende haben wir dann halt in Würzburg, wenn wir dort gewonnen hätten, hätten wir nochmal irgendwo ein richtiges dickes Wort um Platz 3 mit sprechen können, aber das hat dann am Ende dann halt nicht gereicht und so musstest du dann halt auf ein neues gehen, ja, und dann war ja, hat uns Corona schon noch eine Weile begleitet und dann war es halt auch ein Tanz auf der Rasierklinge. Also dann hat nur natürlich in der Saison, in der darauf folgenden so viele emotionale Momente, also in der Nachspielzeit, Spiele gedreht und gewonnen und es war halt trotzdem extrem eng und es waren hinten raus halt auch keine schönen Spiele mehr, aber du hast das dann irgendwo mit dem 1-1 gegen Nübeck, gegen Feststädten Absteiger am letzten Spieltag irgendwie zu Hause über die Linie geschoben und dann war es für den Verein, der so lange darauf gewartet hat, ich glaube fast zehn Jahre dritte Liga gespielt hat, das war natürlich eine Erlösung da, also das war dann natürlich eine totale Euphorie und das hat uns dann natürlich auch getragen, dann auch in der zweiten Liga noch mal durch schwierige Strecken, wo dann halt gerade auch so diese Fanbase dann natürlich uns extrem unterstützt hat und da schon noch, wo es in Rostock sonst manchmal nicht ganz so einfach ist, aber da haben wir dann schon noch alle zusammengehalten und auch in den schwierigen Situationen in der letzten Saison und da kommen dann halt auch diese Dinge dann halt zurück, wie dann eben so Schalke, wo dann alle schon, boah, wenn du das verlierst, da wäre es dann immer glaube ich Prälegationsplatz oder noch einen Punter und dann gewinnst du das Spiel, dann gewinnst du noch drei Jahre folgende und bleibst dann halt relativ souverän in der Liga, was jetzt auch nicht so selbstverständlich ist für einen Aufsteiger so dieses erste Jahr und deswegen waren das zwei Pallejahre mit dem Aufstieg und mit dem Klassenerhalt und mit dem Start in die neue Saison, was halt auch nicht ganz so einfach war mit den Ansetzungen, die wir da hatten. Aber es war halt ein paar Sachen anders in der Saison und deswegen war da halt nie irgendwie so richtig Ruhe und dieses Vertrauen, was noch in den Jahren davor war und dann ist es dann so gekommen, wie es kommt. Musst du ja. Ja. Also die Freistellung kam dann doch schon sehr überraschend, weil es war ja keine, ich weiß nicht, es war ja kein Absturz, oder? Wie würdest du das sagen? Nee, Absturz jetzt nicht, aber es war natürlich unbefriedigende Ergebnisse, gerade zu Hause, aber es waren halt immer so Spiele, die dann eigentlich jetzt doch in die andere Richtung drehen können, wo das dann halt immer so ist, wo das Spielglück dann halt auf die andere Seite fällt und die Unzufriedenheit, die von Anfang an da war, wird dann natürlich größer, sowohl beim Management als natürlich auch bei den Zuschauern, also es war dann halt so eine Mischung, wo man dann sagt, ja, keine Ahnung, also es war jetzt, es war nicht so wie das Jahr vorher, wo alle noch so zusammenstanden, das Gefühl hatte man dann nicht mehr, sondern da hatte man dann schon auch irgendwie das Gefühl, dass dann schon auch sich länger Gedanken um andere Wege gemacht wurden und dann ist es dann so gekommen. Naja, was, verfolgst du heute noch einer der Vereine? Ja, natürlich, es ist ja jetzt auch total interessant, es ist ja, es ist ja nichts passiert im Winter, der Kader ist der gleiche und da gucken wir natürlich schon, weil das ist ja dann immer das Spannende, was macht der Kollege vielleicht anders oder was hat er, ist das ein Ansatz, den du vielleicht übersehen hast oder bestimmte Personen oder Spieler, die du vielleicht falsch eingeschätzt hast, die vielleicht auf anderen Positionen spielen und erfolgreich spielen und deswegen ist das schon auch interessant, dann auch die Spiele zu verfolgen. Sachsen aktuell zum FC Magdeburg schlagen sich ja auch relativ wacker und meine Güte sind die Fans laut. Ich habe die erlebt in Kaiserslautern auf dem Betzenberg, die hört man, selbst in diesem Hexenkessel, die hört man richtig lautstark. Ja, also Magdeburg folgt man natürlich schon, das ist jetzt unter Christian Tietz natürlich ein anderer Ansatz, wo sie dann in der Hinrunde natürlich auch gerade mit der Effektivität ein bisschen zu tun hatten. Jetzt ist es natürlich jetzt mal so ein bisschen auch auf ihrer Seite gesprungen, also sie hätten ja auch diese Spiele, die sie jetzt gewonnen haben in Kiel und auch jetzt in Hannover, die waren ja am Ende dann auch nochmal im seitenen Faden, aber gut, sie hatten eben auch Spiele, wo es in die andere Richtung ging, wo es jetzt eben in ihre Richtung läuft. Ich hoffe, dass sie jetzt aus diesen Momenten dann so viel mitziehen, aus diesen zwei Siegen, dass sie dann halt davon in der Lage sind jetzt eben doch Kaiserslautern vielleicht morgen Abend auch zu Hause dann halt da zu schlagen und dann halt so viele Punkte zu holen, dass sie dann auch erstmal sich ein bisschen Luft schaffen von unten, weil das wäre schon wichtig für sie. Aber es bleibt halt auch immer ein Tanz auf der Rasierklinge in dieser Liga, gerade für Aufsteiger oder für Mannschaften, die dann noch nicht ganz so etabliert sind, dass man dann halt irgendwo immer auch das schafft eben die Spiele, die Engspiele auch immer mal auf seine Seite zu ziehen. Naja, ich meine Magdeburg ist in der letzten Saison halt souverän aufgestiegen, ich glaube, das war vier Spieltage vor Schluss, war dann klar, dass sie auf jeden Fall als Meister aufsteigen und die taten sich zum Beginn der Saison, der aktuellen Saison halt relativ schwer und Kaiserslautern hingegen in der Relegation gegen Dynamo Dresden aufgestiegen und die scheinen ja zack irgendwie so langsam gefährlich zu werden da oben. Ja, natürlich das kann man kann das ja, das sind natürlich unterschiedliche Ansätze. Christian Tietz wird natürlich weiter dem vertrauen, was ihn dazu gebracht hat, mit der Mannschaft aufzusteigen. So, ich glaube, das ist dann halt ein Prozess, der dauert ein bisschen länger, um ein paar Anpassungen anzunehmen oder vorzunehmen, wie dann halt wichtig sind auch für diese Liga, weil das ist nur nochmal eine andere Liga als die dritte Liga. In der dritten Liga hatte dann Magdeburg die Unterschiedsspieler, die haben sie jetzt nicht mehr, sondern die haben jetzt oft die gegnerischen Mannschaften. Deswegen muss man vielleicht auch hier und da seinen Stil ein bisschen anpassen und ich glaube, das hat er gemacht und das dauert aber. So, bis du dann als Trainer dann siehst, ich meine, sie spielen jetzt immer auch mal einen langen Ball, wo sie dann halt auch mal das Pressing eines Gegners überspielen, was sie in der dritten Liga prinzipiell ja nicht gemacht haben. Da ging es halt nur flach. Und jetzt haben sie schon noch ein paar andere Elemente mit dazu genommen, wo er es einfach auch angepasst hat an die Qualitäten der Liga und auch seines Teams und wenn dann jetzt noch so mal so die Effektivität nach vorne, wo sie oft viele Chancen weggelassen haben, dazu kommt, dass sie eben auch dann in Spielen in Führung gehen, dann wird es natürlich auch einfacher für sie mit ihrer Art Fußball zu spielen anzukommen und da auf der anderen Seite kommt Dirk Schuster nach Kaiserslautern und das ist der, der ganz pragmatisch an die Sache rangeht und natürlich guckt, was hat er für eine Mannschaft, die haben sie auch noch mal extrem verstärkt gegenüber der letzten Saison und der die zweite Liga natürlich auch kennt, also aus dem FF und der genau weiß, was dann halt notwendig ist und das dann natürlich auch spielen lässt. Deswegen, dass er jetzt nicht immer schöner Fußball in Kaiserslautern spielt, aber erfolgreich. Genauso spannend sehe ich die Partie Rostock gegen den KSC, der KSC auch irgendwie so am Anfang nicht so wirklich einzuschätzen und jetzt sind sie doch noch mal eben so ein bisschen aufgeblüht, würde ich sagen. Ja, sie hatten gerade in der Rennrunde, wo wir dort gespielt haben, haben sie eine richtig gute Phase gehabt, also wir hatten dort null Champs, also in Karlsruhe haben wir 2-0 verloren, da waren die richtig gut, die hatten damals so viel mit einer Waute gespielt, da passten die Abläufe und das hat noch eine Weile gehalten, ging das irgendwie mal verloren, dann haben sie ein bisschen gesucht und dann haben die Ergebnisse nicht gestimmt, die Leistungen waren gar nicht so schlecht und jetzt haben sie es wieder ein bisschen umgedreht, da hat Christian Aichner natürlich schon noch mal ein bisschen hin und her probiert, aber jetzt haben sie gerade in den letzten Spielen Sandhausen, glaube ich, haben sie richtig gut gespielt bei dem 3-0 und jetzt gegen Regensburg, okay, da haben sie ein bisschen Glück gehabt, das Spiel kann auch anders gehen, ich glaube Regensburg hat die erste Chance mit dem Kopfball vom Albers, wo sie hätten auch hinten liegen können, gehen dann selber durch einen Fehler von Regensburg in Führung, haben sie dann aber irgendwo ordentlich mehr hergegeben und fahren jetzt natürlich selbst bewusst nach Postdorf und können dann auch ein bisschen aus einer abwartenden Haltung kommen, also ja, ich bin auch gespannt, bei Hans hat das jetzt vernünftige Leistungen abgeliefert, aber ja, hat eben auf der anderen Seite eben doch bloß ein Tor geschossen in fünf Spielen und ich glaube sechs gekriegt, ja, das ist dann halt irgendwo mal sehen, wie das jetzt eben dann läuft, wenn sie mal in Führung gehen, dann das weiß ich, dann ist die Mannschaft so stabil, dass sie dann halt auch so viele Kräfte mobilisiert, dass es dann ganz schwer ist, Hansa zu schlagen, wenn sie einmal führen, aber ja, solange wie sie dann halt, wie es 0-0 steht oder wenn sie halt hinten liegen, dann wird es natürlich für sie auch extrem schwierig, dann auch so ein Spiel noch zu drehen. Auf jeden Fall. Ich bin ja gespannt, wie die Saison in der zweiten Liga so noch verläuft, ganz oben Darmstadt, ich glaube, die sind durch, ich glaube, die lassen sich da nichts mehr nehmen, wobei es noch ein paar Spieltage sind, gar keine Frage. Ich glaube, der Spieltag ist wichtig, da kann jetzt viel passieren, also Heidenheim gegen Darmstadt, sollte das Heidenheim das Spiel gewinnen, der HSV gewinnt sein Spiel, ja, dann rutscht, dann ist der Abstand dann nicht mehr so groß für Darmstadt, aber ich muss dann schon sagen, also sie haben jetzt auch gegen HSV also mehr als verdient dann noch irgendwie diesen Punkt geholt, also sie haben da richtig gut gespielt, auch in Rostock, wo sie sich zum Anfang der ersten Halbzeit schwer getan haben, aber in der zweiten Halbzeit dann halt auch das Spiel dann komplett dominiert haben und auch, ja, dann am Ende auch nicht unverdient gewonnen haben, das zeigt dann schon noch, dass sie halt, ich glaube, dieses Jahr schwer aufzuhalten sind, aber, wie gesagt, es gibt dann immer mal so ein paar Knackpunktspiele, sie haben viele Verletzte und so, das kann, das kann auch manchmal ganz schnell anders gehen und in Heidenheim, die haben jetzt zuletzt zwei super Heimspiele gemacht, ob man sie gegen HSV hinten raus dann noch drei Dinge kassiert haben, aber da wird es schon nicht so einfach, glaube ich, auch für Darmstadt nicht. Ich bin auch gespannt, nicht nur, was es oben in der Tabelle so betrifft, sondern auch unten, Magdeburg, 24 Punkte lese ich eben und der dritte, der dritte, der sechzehnte, Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz, punktgleich mit Regensburg, 20 Punkte und dahinter Sandhausen auf dem letzten Platz. Sandhausen vielleicht noch, da bin ich auf den Trainer-Effekt noch gespannt, auf diesen Wechseleffekt. Thomas Oral hat ja übernommen, ob da wirklich noch irgendwo was zu wecken ist. Für alle Sandhausen-Fans drücke ich natürlich die Daumen, gar keine Frage, aber es sieht schon gar nicht mehr so rosig aus. Naja, aber das ist halt so ein Spiel, was du kurz vor Schluss mit so einem blöden Elfmeter dann eben verlierst in Nürnberg. Das war normalerweise ein glaube ich, so ein Null-Spiel. Das, so mal direkt den Konkurrenten auswärts nicht zu verlieren, das wäre ja für Sandhausen schon erstmal ein guter Schritt gewesen. Aber ich glaube schon, dass sie wissen von Anfang an, dass sie gegen Abstieg spielen. so und ich glaube, das wissen die Jungs und trotzdem haben die auch eine Qualität. Also das ist, ich schreibe da noch niemanden ab. Also das haben alle Mannschaften mal so Phasen, wo es so besser läuft und wo es mal so ein bisschen schlechter läuft. Aber im Moment punkten die unten alle gar nicht und das, aber das wird ja jetzt schon an dem Spieltag, spielt ja schon Bielefeld direkt in Braunschweig. Also da wird ja einer irgendwo punkten oder es punkten beide zumindest mit einem Punkt. also das kann sich da schon auch nochmal verschieben. Also das ist, das kann dann eben auch schnell gehen. Aber jetzt vier Punkte für Magdeburg und Vostok. Solltest du deine Spiele nicht gewinnen und die anderen unten punkten dann irgendwo, dann kann es auf einmal bloß noch ein Punkt sein und dann könntest du am nächsten Spieltag, wenn es schlecht läuft, dann schon noch unter den Strich rutschen. Also deswegen sollten alle da schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, auf jeden Fall. Gerade Nürnberg. Nürnberg hat mich auch überrascht, aber nicht zum Positiven. Ich habe, also ich sage dir ehrlich, ich habe gedacht, Nürnberg spielt dieses Jahr schon ein bisschen weiter oben mit und dann kam, wie es kommen musste irgendwie. Die dümpeln, glaube ich, aktuell so, ja gut, Platz zwölf, aber nach unten hin sind die Punkte relativ dicht beieinander. Aber den Trubel dann noch mit Trainer und so, ne, Dieter, äh Quatsch, Dieter Hecking, doch, Dieter Hecking. Ja, Dieter Hecking hat es jetzt gemacht wieder. Als Sportdirektor hat er gemeint, ja gut, ich mache jetzt auch Trainer. Ähm, und es scheint ja auch zu funktionieren, wobei der Elfmeter, hast du ja eben selber gesagt, ne, ich weiß nicht, aber so Spiele, die gehören ja auch dazu. So dreckige Siege, ne? Ja, das ist natürlich immer gut, wenn du als Trainer startest und gewinnst ein schlechtes Spiel. Weil Fakt ist, wenn du in so einer Situation bist, jede Mannschaft, die da unten steht, wenn die schlecht spielt, verliert sie auch. Und die guten Spiele verlierst du auch oft. Und wenn du aber ein schlechtes Spiel, aus Nürnberger Sicht, gegen Sandhausen dann am Ende gewinnst, da ist ja alles gut. Und jetzt, äh, dann kommt natürlich auch Vertrauen, weil die Mannschaft kann eigentlich besser spielen, als wie sie im Moment eben da spielt. Sie haben ja letztes Jahr phasenweise auch noch mit um Aufstieg gespielt, haben ja dann erst hinten raus, ähm, ein bisschen abreißen lassen und, äh, zur neuen Zusammenhang sind sie halt nicht so in Fahrt gekommen, wie sie, wie sie eigentlich wollten. und, äh, ja, dann hat das halt zwei Trainer irgendwie ihren Job gekostet. Jaja, und die haben eine gute Bank. Ich finde allein schon, dass was auf der Bank sitzt, kann sich ja auch sehen lassen, ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt, äh, nur Anti-Fußballer da wären oder irgendwie sowas, ne? Also von daher denke ich, äh, dass der Klub, wobei der, der Nürnberger Fan sagt ja, der Klub ist ein Depp, also der rechnet schon irgendwie immer mit, äh, mit dem, womit kein objektiver Fußballfan irgendwie rechnet. Na gut, sie sind auch im Pokal drin, also, das, ja, sie kann ja auch noch am Ende noch versöhnlich werden. Genau. Da drücken wir natürlich auch die Daumen. So, jetzt sind wir ordentlich in Schwafeln gekommen, tut mal leid, so voll abgedriftet, aber, äh, was meinst du, äh, gibt's eigentlich einen Verein, dem du persönlich die Daumen drückst? Naja, also, ich hab schon natürlich sehr, sehr große Sympathien für Union. Also, das muss ich schon sagen, also, das war, ich hab fünf Jahre dort gespielt, ich hab den Verein jetzt irgendwie immer verfolgt, entweder als, als Konkurrent oder, oder, irgendwie, oder eben jetzt so, als Mannschaft, die da oben ist, und muss schon sagen, dass diese Entwicklung jetzt, die sie jetzt genommen haben, auch gerade nochmal unter Ostfischer, dass das, dann mit dem Aufstieg in die Bundesliga und dass sie jetzt, wo sie da jetzt stehen, ich glaube, da kann man sich schon noch, äh, so, das ist ein Ostverein, also, das, da drück ich immer, immer beide Daumen für diese Mannschaft, dass die, und das hat mir ein bisschen weh getan am Wochenende, dass auch mit der ganzen Einsetzung, dass alles so blöd lief, Bayern, keine englische Woche, sie am Donnerstag noch, äh, gegen Ajax, äh, in den wichtigen Spielen Europa League im Einsatz, und dann musst du, ja, drei Tage später in München auftrippeln gegen eine Mannschaft, die Wut im Bauch hat, äh, und fußballerische Qualität hat, äh, und das, dass du dann halt auch mal da unter die Räder kommen kannst, das ist klar, und das ist ein bisschen schade, so, das erste Tor war zwar schon noch zu vermeiden, aber am Ende haben es die Bayern ja völlig verdient und souverän dann gewonnen, aber ich hätte es mir gewünscht, in einer anderen Konstellation, dass Union vielleicht auch da selber ausgeruht gewesen wäre, und, äh, da nicht jetzt so mit der Vorbelastung aus dem Donnerstag-Spiel da reingegangen wäre, aber anyway, es ist so. Es ist so, ähm, aber es sind ja auch nur drei Punkte, die man so Platz zwei und eins noch hat, ne, also mit 43 Punkten aktuell Union, das ist ja alles noch, alles noch sehr, sehr, sehr spannend, und Leipzig ist ja gleich gegen Köln, ne? Also es wird auch nicht einfach zu Hause gegen Köln, die dann auch immer unangenehm Fußball spielen, die jetzt zwei mal verloren haben, also, das ist jetzt auch so ein Spiel, wo du sagst, das ist jetzt nicht zwingend so, dass da Union das jetzt mal, einfach mal so, so, so im Vorbeigehen gewinnt, sondern sie müssen schon auch immer relativ viel investieren, um ihre Spiele durchzubringen. Das ist halt auch so, bei bei den Mannschaften, die ich hatte, wir mussten halt auch fast immer ans Limit gehen, wir waren fußballerisch nie irgendwie das Maß der Dinge, weder Magdeburg noch Rostock, sondern da, da spielten auch immer andere Komponenten eine wichtige Rolle, und wenn du das, wenn du das nicht schaffst, dann gewinnst du keine Spiele. Aber ist das nicht vielleicht das, was zum Schluss diesen Erfolg ausgemacht hat, so der Underdog zu sein? Naja, gut, wenn du absteigen willst, dann darfst du nicht Underdog sein, also da musst du schon auch dich irgendwann auch klar dazu bekennen, und das war mal in Magdeburg, also dem Regionalliga-Jahr war mal der Top-Favorit, und das ist mit der Bürde umzugehen, ist dann auch nicht ganz so einfach, aber wenn du dann in Liga hoch kommst, dann kannst du natürlich erst mal aus einer Außenseiterwolle dann auch beginnen, aber was halt immer so war, dass wir halt, dass es glaube ich fußballerische Übermannschaften in der Liga gab, die halt vielleicht auch besseren Fußball gespielt haben, mit den besseren Einzelspielern, aber wir waren oft als Mannschaft dann halt besser, und ja, diese Basics haben in der Regel gestimmt, also was jetzt so diese ganzen athletischen Voraussetzungen, die im Fußball ja auch immer eine Rolle spielen, wenn du halt ja, viel laufen kannst und viel sprinten kannst, und dann ein bisschen im Plan hast, dann kannst du ja natürlich dann auch fußballerische Defizite dann auch eben mal ausgleichen, und wenn du das eben auch schaffst, immer wieder so zu 100% auf den Platz zu bringen, und das Woche für Woche, egal gegen welchen Gegner, das gelingt nie zu 100%, aber das ist immer so ein Schlüssel, ja, wenn du eine Mannschaft hast, die auch weißt, okay, wir müssen auch physisch irgendwo an unser Limit gehen, um halt Spiele durchzubringen, und das dann halt auch für sich dann zu verinnerlichen. Genau. So, mein lieber Jens, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, wir haben ordentlich, also 20 Minuten haben wir überzogen. Alles klar, es war mir eine Riesenfreude, dass du dir Zeit genommen hast. Hast du noch irgendwie ein paar letzte, also nicht letzte Worte, aber letzte Worte hier in der Sendung vielleicht? Ja, es hat mir Spaß gemacht, es ist immer mal gut, sich über Fußball auszutauschen, ein bisschen auch in Erinnerung zu schwelgen, oder beziehungsweise die mal wieder ein bisschen auszugraben, was war da eigentlich, und dann merkt man eigentlich, wenn man dann so sich drüber unterhält und das so reflektiert, dass da schon eine ganze Menge passiert ist im Leben, sowohl als Spieler, als dann auch als Trainer, und dass ein ein paar Sachen ganz gut funktioniert haben, und deswegen freut es mich einfach, dass auch noch mal so ein paar Erinnerungen mit dir ausgegraben zu haben. Sehr schön, das freut mich natürlich sehr. Du bleibst bitte in der Leitung, wir gucken jetzt gemeinsam das Outro, und ich verabschiede mich bei euch und bedanke mich natürlich für die Aufmerksamkeit. Bis dann, tschüss. Tschüss. Eu tive um sonho e acordei chorando, lágrimas...